Ja, herzlich willkommen zurück liebe Freunde zu einer neuen Folge Skyrim und wir schauen jetzt erstmal was wir hier so zu drinnen haben. Hier liegen schon irgendwelche toten Dinger rum, ich weiß aber nicht. Silbererz, Wahnsinn. Wir machen erstmal ein bisschen Licht und ich glaube es wäre cool, wenn ich beide Hände hätte, genau. So, oh da kommt auch schon der erste. Na. Oh diese hässlichen Viecher hier, das ist ja unglaublich. Ich würde gleich erstmal umbringen. Was hat er denn? Ein Ohr. Keine Ahnung was ich damit machen kann, aber ich nehme es einfach mal mit. So. So wollen wir mal gucken. Das wäre denn, äh. Das ist das gleiche Ding dann okay. Hier ist auch noch was. Mein Gott, das ist ja richtig dunkel, groß und... Ja, momentan weiß ich noch nicht so richtig wo ich hin soll. Aber nehmen wir erstmal den Metallbaran. Hallo. Hm, okay. Achso, von hier kommen wir auch. Hier ist aber nix, oder? Na doch, hier liegt noch einer rum. Ach, nehmen wir das aber mal mit. Der schläft hier so ein bisschen. Nein, der ist nicht tot, auf keinen Fall. Was ist denn das? Hm. Anscheinend nix. Boah, ist ja echt mega, mega dunkel hier, mein Gott. Ein großer Seelenstein. Oh, oh, oh. Ja, das ist wahrscheinlich, aber das gehört dazu. Die sind ja immer so auseinandergefetzt, die Dinger. Wichtig. Wichtig. Es ist hier unverschämt ruhig, wollte ich gerade sagen. Du, hässliches Vieh. Was hast du nun davon? Ich trage zu viel, ich kann nicht rennen. Was habe ich jetzt schon wieder auf einmal aufgenommen? Okay, gucken wir erstmal nach. Ich habe da sonstiges? Irgendwas? Dieses blöde Zeug, das brauche ich doch nicht mehr. Dieses Chitin da. Ach, ich habe noch diese Drachenschuppen. Okay. Das ist ein Fall für Lydia. Ich bin halt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Also Lydia, die müsste normalerweise schon so einen richtigen Kanten sein. So einen richtigen Ochsen. So Lydia, das muss ich jetzt echt mal tragen. Habe ich sonst noch irgendwas? Ach, hier den Bogen, das will ich nicht. Das ganze auch. Stahlpfeil, komm hin. Zwergenstreitkolben des Erntens. Okay. Kannst du auch haben. So, was haben wir denn noch? Haben wir hier irgendwas, was ich dir geben kann? Oh, die scheint ja schon wieder Elfenrüstung gekommen. Die kannst du auch noch nehmen. Ach ja, das geben wir erst mal alles. Sonst haben wir doch nix wildes. Okay. Gut. Ja, so wie immer. Ja. Und das wird sich glaube ich auch nicht ändern, Lydia, oder? Oh, da steht einer. Hier ist nix, ne? Aber muss sich echt beeilen hier, weil sonst steht da Lydia wieder im Weg. Guck mal da wieder nicht raus. Okay. Hier ist nix, nix, nix. Raus hier. Ich glaube hier ist auch nix. Nein. Oh. Oh, schade. Alter Schwede. Warum machst du das mit mir? Ja. Kommst du. Du wirst auch sterben. Tja Lydia, das war doch mal Teamwork, oder? Das freu ich nicht. Mann, was bist du hässlich. Einmal nochmal draufhauen. Da hab ich mich jetzt echt erschrocken, ey. Lecko meol. Aber wohin? Da geht's lang, da geht's lang. Und warum ist das hier so schweinedunkel? Das kann doch nicht sein, ey. Ach du Scheiße, ne Meistertür. Kriegen wir die auf, oder kriegen wir die auf? Ja, gut. Wir arbeiten uns vor. Tung. Das ging aber schnell. Ach, ja. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich... Doktor und Geist. Mann, jetzt macht doch dieses beschissene Ding da auf. Oh, 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 das sieht gut aus. Kein Scheiß. Au. Na ja, wir wissen jetzt aber schon mal die Richtung. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich glaube, ich muss noch weiter runter. Okay, nicht so weit. Scheiße, ne. Ja, da ist er doch auf. Da, 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 da. Wie. Wir haben das alles nur aufgeschlossen, um so eine blöde Sitzbank hier zu finden. Und so ein bisschen Zwergenschrott hier. Wie geht's noch? Keine Drohne an der Wand oder so? Hm. Also Lydia, da bin ich irgendwie nicht mit einverstanden jetzt. Hey, bitte, was ist das denn für ein Kack jetzt? Kann man hier drauf suchen? Nein. Hm. Okay. Das hätten wir uns definitiv sparen können. So. Na ja, schwaches Gift. Zwergen, wenn wir nicht mit. Das nehmen wir mit. So. Jetzt gehen wir hier rein. Mich hätte jetzt nicht gewundert, wenn wir hier durch diese Tür reingegangen wären. Da wäre eine fette Truhe drin gewesen. Ach, das ist ein selber Kack, Kack. Oh, lecker Pinze. Hm, yum, yum. Also wir müssen mal echt gucken. Aber. Ich werde jetzt mal ganz schnell in den Quick-Safe reinhauen, weil. Bevor wir alles normal machen müssen. Was haben wir denn hier schönes? Ey, das ist ja schon wieder mega groß hier, wa? Und da kommt schon wieder was. Na? Da sollten wir vielleicht mal hin. Da stehe ich nicht, warum die so scheiße für die Schaden machen. Ey, das gibt's nicht gar nicht, ey. Da müssen wir uns echt nochmal kurz hochheilen. Okay, verbessert. Das ist ja schön. Oh, Lydia. Wow, wir haben hier Pilze gefunden und eine Truhe. Wollen wir mal reingucken? Das nehmen wir doch mit. Diese blöden Eier, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, jetzt mitzunehmen. Bauen wir das hier noch ab. Come on. So. Das haben wir. Ich weiß nicht, wozu braucht man die Eier? Ach, nehmen wir mal mit. Komm. Scheiß drauf. So. Jetzt mal so. Und so. Und so. Und so. Also irgendwie, ich packen meine Hände gerade rum. Also schön, dass da eine Faust macht, aber. Ach so. Ja, warum nimmst du denn? Hallo? Ah, da. Hm? Also irgendwas ist doch hier schon wieder. Da spiele ich schon wieder durcheinander. Zu viel gefeiert am Wochenende. So, da ist ja auf jeden Fall irgendwas. Was sind diese... kleinen Mistfächer hier. Und dann noch. Ach du Scheiße. Na, jetzt hat er mich ja auch noch vergiftet und und und. Aber ich hatte das immer, wie diese Drecksäcke hier. Diese komischen... Dinger hier. Weißt du, wo auf? Wo geht's noch? Wie die diese, ähm, komischen Pfeile da spucken, ey. Nein, das wollte ich nicht. So, jetzt war auch wieder ein bisschen Licht. Ist aber auch was hier, ey. So, gucken wir mal. Ohne Fackelgürmchen. Ach Mondsteine, jetzt kommen die immer noch mit. Ich hab so das Gefühl, dass gleich unsere Taschen wieder voll sind. Dann haben wir ein Problem. So. Was haben wir denn hier schön? Ist hier aber auf jeden Fall eine Truhe drin, ne? Nehmen wir mal mit. Okay, ich hab gerade... Ein bisschen die Orientierung verloren. Gehen wir mal hier lang. Hm. Schöne Pilze. Hörst du auf damit? Und du auch? Also irgendwie... Sind die komisch. Was ist da los? So, jetzt bist du dran. So, jetzt bist du dran. Was hab da nun davon? Ein magisches Leichentuch. Da hab ich doch schon mal irgendwann eins gefunden, oder? Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Also irgendwie, äh... Das ist merkwürdig. Also irgendwie spacken meine Hände rum. Ja, jetzt geht's wieder. Das... geht ja gar nicht. Hallo? Weg rein. Hier liegt auch noch einer rum. Komm. Ziehen wir dir mal die Buchse aus. So, dann geht es hier also weiter. Ach, ich hab hier so'n ungutes Gefühl gerade. Ich weiß auch nicht warum. Nehmen wir erstmal die lecker Pilzchen mit hier. Da wird doch noch was gesehen. Da auch noch. So, hier haben wir eben durchgeschaut. Und hier sitzt auch noch einer. Ah, ne. Sorry. Gewitztes Schwert und dachte, die ganze Kacke brauchen wir eigentlich nicht. Mein Gott, ist das dunkel hier, ey. Das gibt's doch nicht. Hm. Hier gibt es auch nichts, ey. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann. Oder? Jo. Bestimmt schon. Bis dann. Ja. Sonst. Ich bin da. Ich bin da.